Juh, guten Tag, herzlich willkommen zu Project 13. Dann würde ich sagen, lass mal anfangen. Was ist drin? Das ist auch nix. Das sieht mir normal aus. Das sieht mir normal aus. Du hast irgendwie mal diese Zombie-Fresse. Der fummelt sich an seinem Liris rum. Station 18. Kann man sich irgendwie hinknien oder so? Das sieht man sich nicht. Das sieht relativ normal aus, finde ich jetzt. Dann werde ich mich einfach nicht sehen. Das ist drin? Ja, genau. Das ist drin? Ist das jetzt, weil ich das erste Mal durchlaufe? Gibt es hier keine Anomalie oder? Wo ist das Gate? Warning. Slippery surface. Be fresh. She is fresh. Fresh. Aww. No malos. No malos. No malos. Thiilias. See you next time. Bind ich das Ding nimmel dich doch höher. ist auch nicht mehr drinnen auch relativ normal aus der spitze immer noch an der nudel rum das sieht mir eigentlich auch normal aus die sieht mir normal aus mit da was drinnen nein die zudecke sieht normal aus die zudecke sieht mir auch normal aus alles relativ normal aus der mülleimer da ist nichts da haben wir nix das sieht normal aus das sieht normal aus das sieht normal aus das sieht auch normal aus madame im vögelchen hier die sieht auch normal aus das sieht eigentlich auch normal aus what the fuck what the fuck ich weiß dass hier was verschwommen an den winden stehen könnte das weiß ich noch das sieht auch normal aus das sieht auch normal aus das ist drinnen das sieht nun wieder nichts da war was ok ähm was soll denn da gewesen sein das ist nix wo está sieht normal aus hier sieht auch normal aus Es ist immer noch fleißig so eine Gurkram würgen. Es ist immer noch fleißig so eine Gurkram. Was ist drinne? Hä? Wie sieht es normal aus? Ist auch normal. Okay, das ist nicht normal. Okay. Da ist nichts drinne. Low of health, bla bla bla. Das sieht normal aus. Das sieht auch normal aus. Das sieht normal aus. Das sieht nicht normal aus. Das sieht nicht normal aus. Okay. Das sieht normal aus. Drin siehts normal aus. Der spielt wieder an sich rum. 10, 18, 9, 11. Das sehen wir auch normal aus. Was ist drin? Hallo? Das ist definitiv nicht normal. Ratten können groß werden, aber das ist ein bisschen übertrieben. Love, help, help. Oh, kleines Detail, aber trotzdem, das ist eine Anomalie. Ich glaube nicht, dass auf diesem Bild vorher ein Tentakelmonster war. Auf, help, help. Vorher war das so gewesen. Hier sieht es normal aus. Da ist nichts drin. Der ist in Jürgen am Würgen. Station 18. Elf Unit. Hier rein. Das sieht doch relativ normal aus. Was sagst du? Ich schlafe immer nur das Fenster an. Viel Spaß beim Fenster anstarren. Oh, mir sieht normal aus. Ah, ich sag keine 85. Ich bitte dich. Da ist nichts. Da sehe ich jetzt auch nichts. Da ist nichts drin. Auch okay aus. Auch okay aus. Refresh. Da jetzt so. Bis jetzt ganz normal aus, ne? Das sieht normal aus. Das sieht normal aus. Da ist nichts drin. Das sieht auch normal aus. Das sieht normal aus. Das sieht auch normal aus. Das auch. Der ist sich einfach an der Palme am Wedeln. Station 18. Oh, Mental Health Unit. Der Kollege sieht auch normal aus. Das sieht aus wie vorher. Ja. Ist auch nichts drin. Es gibt nichts dazu. Okay, finde ich gut. Das sieht normal aus, das auch. Ich weiß nicht. Ist der Sound auch eine Anomalie? Kann das sein? Da jetzt Soda. Der lässt sich lenken wie so ein kaputtes Schiff. Da ist eine Hase drin. Da ist nichts drin. Das sieht normal aus. Das sieht auch normal aus. Das sieht normal aus. Da ist nichts drin. Der ist ein Wurm am Streicheln. Der Dude sieht normal aus. Wenn er das jetzt normal bezeichnen kann. Äh, ja. Station 18. Mental Health Unit. Das da. Ist nichts drin. Sagt der Vogel. Der ist ein Wurm am Streicheln. Er sagt, wääh, wääh, wääh. Wääh, wääh. Und ich auch. Das sieht normal aus. Das da auch. Ist nichts drin. da jetzt so da wie fresh ja sieht normal aus bei sieben angekommen hier alles relativ normal finde ich der ist mit seinem kleinen freund am spielen das sieht normal aus das auch 1718 mit live unit die frisst den vogel ich glaube nicht dass das normal ist ich meine geflügel isst man zwar aber naja egal nichts da haben wir nichts das sieht ok aus das sieht ok aus das sieht ok aus das spielt taschenbilliard das sieht auch ok aus station 13 können wir direkt weiter das ist station 18 da ist nichts drin das sieht normal aus das haben wir auch das sieht normal aus das ist normal da ist die saane am schütteln das sieht normal aus dir kollege das sieht immer noch aus wie ein verfluchter zombie station 18 mit live unit das sieht normal aus das bild sieht auch normal aus da ist ein kopf drinne ich glaube nicht dass das so sein soll ich glaube nicht dass das so sein soll ich glaube nicht dass das so sein soll das ist vollkommen normal wird daher tun die köpfe immer in die mülltonne sind bei 10 angekommen alles klar das sieht normal aus das sieht auch normal aus das sieht normal aus das sieht normal aus da ist nichts da ist doch auch was anderes außer an der rumspielen die sieht auch ok aus Das sieht nun normal aus. Was machst du? Du machst einen Stahlwettbewerb mit einem Fenster. Mach du mal weiter. Das sieht auch normal aus. Eine Kleinigkeit, so. Das ist jetzt auch nichts. Befresh. Diet Cola. Das sieht mir jetzt auch anders. Das sieht normal aus. Das sieht normal aus. Das sieht normal aus. Das sieht normal aus. Das sieht aus. Geht das auch? Oh, das Ding ist aus! Steckt irgendwas drinnen? Anomaly Wir sind bei 12 angekommen, coole Sache Cool, 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 normal, normal, normal Ich wollte schon sagen, da steckt irgendwas drinnen Schauen wir mal hier kurz, das sieht normal aus Da ist nichts drinnen Station 18, Middle Health Unit Sieht immer noch aus wie ein verjunkter Zombie Okay Das sieht mir alles okay so weit aus Warnung Suizidale Tendenzen Okay, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht Wir sind bei 13 angekommen Ist ne Strünge Ja, das sieht normal aus Station 18, Mental Health Unit Was ist mit dir? Na Auch normal Anomaly Das ist ne Anomaly Oh, ich muss sagen, das ging eigentlich relativ flott jetzt, ne? So im Großen und Ganzen So im Großen und Ganzen, finde ich, ist so für zwischendurch Eigentlich ein ganz tolles Spiel Was hat das jetzt gekostet? Ungefähr ein Zehner oder so? Ja, ist in Ordnung für den Preis Also besonders Das hat ja noch sowas wie ne Art Hardcore Modus Und dann einmal verkackt Alles komplett nochmal Neu machen muss Und Wie gesagt Das hat ja zwei Modi so gesehen Dann Hat das ja so ne Art Ich sag mal Widerspielwert aufgrund dessen Weil man halt die ganzen Anomalyen Ähm Halt äh Finden will Ne? Lustig Normalerweise kamen da die ganzen Leichenuntergeführungen Sitzt er da mit seiner Krone Und War zu saufen Nice So, das war's mit Project 13 Hoffen wir es hat euch so weit gefallen Wenn ja, würdet ihr mich über einen Daumen nach oben freuen Wenn euch nicht abonniert habt, dann tut das Und wenn ihr Bock drauf habt Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Bleibt gesund Passt auf euch auf Haut da rein